Wer wie was Wie Krebs entsteht Die kleinste funktionsfähige Einheit des menschlichen Organismus ist die Zelle. Zellen haben nur eine begrenzte Lebensdauer und müssen fortlaufend ersetzt werden. Dies geschieht durch Wachstum und Teilung der Zellen. Im gesunden Körper herrscht ein Gleichgewicht zwischen Zellwachstum, Zellteilung und Zelltod. Verantwortlich für dieses Gleichgewicht ist ein funktionierendes Zusammenspiel von bestimmten Teilen unserer Erbanlagen, auch Gene genannt. Onkogene fördern beispielsweise das Wachstum, während Tumorsuppressorgene das Wachstum kontrollieren und bei Bedarf unterdrücken. Ist eines der beiden Gene schadhaft, wird das Gleichgewicht gestört und es besteht die Gefahr, dass das Wachstum außer Kontrolle gerät. Da solche Schädigungen von Genen auch beim gesunden Menschen immer wieder auftreten können, hat der Körper spezielle Reparaturgene zur Verfügung, die genetische Schäden sofort erkennen und reparieren. Auch für den Fall, dass eine Reparatur nicht möglich ist oder die Reparaturgene selbst geschädigt sind, hat der Organismus vorgesorgt. Mit dem programmierten Zelltod auch Apoptose genannt. Hierbei erhalten die irreparabel geschädigten Zellen den Befehl zum Suizid. Sie sterben ab. Ist auch dieser Sicherungsmechanismus geschädigt, kippt das Gleichgewicht. Die Zellteilung erfolgt nun, obwohl keine neuen Zellen benötigt werden und es kommt zu einer übermäßigen Gewebeneubildung, die Tumor genannt wird. Bösartige Tumore werden als Krebs bezeichnet. Hervorgerufen werden die oben genannten Schädigungen zum Beispiel durch chemische Substanzen, Viren und Strahlen. Wie diese Krebserzeuger auf die Zellen einwirken, ist erst zum Teil bekannt. Sicher ist jedoch, dass sie die entscheidende Rolle bei der Schädigung der erwähnten Gene spielen und so das Gleichgewicht der Zellteilung zum Kippen bringen. Als konkretes Beispiel haben wir den Dickdarmkrebs gewählt. Die Krebszellen teilen sich unkontrolliert und dringen in das benachbarte, gesunde Gewebe ein. Was Krebs gefährlich macht, ist seine Fähigkeit, sich von einer lokal begrenzten Krankheit, die ein Organ betrifft, zu einer systemischen Erkrankung zu entwickeln, die den gesamten Körper betreffen kann. Diese Absiedelung des Krebsgewebes in andere Organe wird Metastasierung genannt. Im Fall des Dickdarmkrebs wächst dieser zunächst durch die Darmwand in das benachbarte Gewebe ein und findet Anschluss an das Gefäßsystem. Über die Venen gelangen die Krebszellen dann in die Pfortader. Die Pfortader durchströmt die Leber und dieses Organ ist damit auch der häufigste Ort, an dem sich neue Tumore ausbilden. In einem zweiten Schritt können von der Leber aus Tumorzellen über die Lebervenen in die Lunge und dann in den gesamten Körper gelangen. Die Behandlung des Dickdarmkrebs erfolgt als Kombinationstherapie mittels Chemotherapie und Chirurgie unabhängig des Stadiums der Erkrankung. Die Universitätsklinik für Chirurgie und die Universitätsklinik für Onkologie arbeiten eng zusammen, um eine Heilung zu erreichen. Die Behandlung des Dickdarmkrebs